ach du scheiße wir brauchen loks kein problem da liegen noch welche die kommen erst mal einsammeln so wir müssen schon wieder was zu uns nehmen okay können wir nicht nehmen ok nein es wird dunkel es wird dunkel schnell lass uns mal den baumstamm hier noch einsammeln jetzt gucken wir vielleicht die falle noch gebaut kriegen das wäre echt nice aber da brauchen wir brauchen schon wieder so viele von diesen stückchen ok 19 stück so wenn es aufhört zu regnen würde ich auch sagen machen wir unser feuer an konnten hier irgendwie auch solche sträucher weghauen und konnten da blätter sammeln da müssen wir die etwas größeren finden hier im wald oh man da sind sie schon wieder da sind sie schon wieder da sind sie schon wieder okay das feuer an einmal die axt raus und jetzt geht es hier auf nahkampf geht weg geht weg geht weg geht weg geht weg und sie weg okay sie sind wieder weggegangen okay es hat aufgehört mit regnen gott sei dank und wir haben eine kleine 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 Ja auch ein Stein. Ich habe so einen Schiss, ey. Das ist nicht normal. Ja kriege ich jetzt hier wenigstens was? 12, ah ok, wir sammeln also Blätter, so wie es aussieht. Moment, wir schauen mal eben. 15, nice. Okay, hier können wir schon mal Blätter sammeln. Ich höre sie schon wieder, ich habe sie schon wieder gehört. Da oben. Da ist er, da ist er, da ist er. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh nein. Geh doch weg. Oh. Oh. Ah. Ja. Was machen die dort? Können wir einfach mal weiter gehen? Nach Hause gehen in euer Dorf. Ich baue hier mein Dorf. Oh, ein Vogel. Oh, da ist wieder einer. Ich baue mein Dorf, ihr baue euer Dorf. Hä, was seid ihr da von der Idee? Das wäre doch nice. Oh, bitte komm nicht hier rum. Bitte komm nicht hier rum. Bitte nicht, 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 nicht. Nein, 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 nein. Was hat er jetzt gemacht? Hat er das Feuer ausgemacht? Oh, mein Feuer ist gleich aus. Ei, 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 ei. WTF, WTF. Oh, da ist auch einer. Oh nein, da ist auch einer. Die habe ich komplett umzingelt. WTF. Ist ja in Ordnung. Alles ist easy. Komm, keiner tut euch was. Alles ist gut. Weg. Komm, nimm die Schlampe mit. Äh, deine Freundin. Die ist so hübsch. Geht weg. Na komm, geht weg. Geh weg. Geh. Geh. Da. Wie war's? Hört aber auf in dem Scheiß. Ey. Fuck, jetzt hab das nicht anders gewollt. Ah. Du blöde Bitch, du dreckige, verfackte Bitch. Ich bin gleich tot. Ah fuck. Nein, 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 nein. die erste dreckige blöde da habe ich schon du bist der nächste von euch kleinen stinkenden missgeburten verpisst euch kommt zwei sind schon tot weg 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 machte ich so was von der maßen messer junge das kleiner wichs ich bin sowieso gleich im arsch das kannst du verreckt stirbt du elender bastard habe ich irgendeine pille die ich nehmen kann habe ich irgendeine pille ist so ein bastardi man super jetzt immer wieder in dieser verkackten höhle hier ich will nicht in dieser verkackten höhle sein mann er was ist das jetzt hier alles ja diese klamotten wie stiefel fürs kräften benutzen kann weiß ich leider auch noch nicht vor allem dass ich damit schönes bauen kann das würde interessieren hier ist eine leuchtpistole was ist das was ist denn das so hier liegt noch eine ganze menge stuff rum hier liegt eine flair medizin ok nochmal medizin eine axt die etwas ungünstig in dem guten da drin steckt so ein moment habe ich jetzt ok ich wüsste für was ich das benutzen jetzt habe ich das gegessen ok 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 ein stock haben wir auch hier liegt ein armen was haben die für eine party mit dem gemacht hier das ist ja ekelhaft da ist unser haus ok 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 이지 entschiedlosig mitnehmen auch wie zu können sich das nicht mitnehmen und die flachung und den amendmenten ist für es sich bei diesst Okay, mach doch nur das Licht an, du Arsch. Ich sag einfach mal, dass es das Pfeifen des Windes. Wartet mal. Ich hab da hier ne Flare. To scare off enemies, okay. Can be used as a weapon or create a distraction. Was ist ne distraction? Whoops. Was liegt denn hier alles rum? Ist das Geld? Tatsache, oder? Wird das Geld aufgesammelt? Tatsache. Das können wir alles zum Craften nehmen. Also es gibt reichlich Items hier, die wir alle zum Craften benutzen können. Die Frage ist nur, die ich mir immer wieder stelle, wir können ja noch nicht wirklich viel Craften oder ich bin einfach so doof und hab's noch nicht rausgefunden. So, ich will... So schaurig. Vor allem, weil die Grafik auch so mega ist. Weil diese ganzen... Diese ganzen Shaders hier und das... Das sieht einfach klasse aus. Sind die Steine so nass? Oh Mann. So, irgendeiner kommt, der schaut dann einfach direkt diese SIGP in die Fresse. Okay. Koffer. So, noch ein Koffer. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ah, hier hoch. Okay, nice. In der Höhle waren wir ja schon mal gewesen. Oh Mann, ey. Ist echt so ungemütlich. Geht's da runter? Hier geht's auch noch runter. Da unten ist ein Licht. Da war ich ja noch gar nicht das letzte Mal. Da oben geht's übrigens auch raus. Ich glaub, das ist auch eine saublöde Idee, hier runter zu gehen. Oh, Medizin. Vielleicht doch nicht so doof, die Idee. Okay, was ist das für ein Licht? Oh, hier liegt einer. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Wie geil ist das denn? Eine Taschenlampe. Ist ja, hätten ja die so bescheuert. Hallo? Das ist ja gar nichts mehr in der Hand hier. Was macht denn der mit der Taschen... What the fuck? Das war ich. Entschuldigung. Was macht denn der mit der Taschenlampe? Hallo? Also ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Was ist das jetzt noch für eine Höhle hier? Geht's jetzt hier noch weiter oder was? Auf allen Dingen geht's hier noch... Ne, jetzt geht's wieder nach unten. Ich probiere das jetzt nochmal mit der Taschenlampe. Das ist ja voll doof. Der Helm ist total bescheuert. Da sieht man gar nichts. Oh, ne. Das Feuerzeug ist halt auch einfach nur grottisch. Okay, hier geht's nach oben. Baaah, was ist das? Was machen die denn? Ist ja ekelhaft. Auf jeden Fall sieht's scheußlich aus. Hallo? Oh, schüttelt's da gleich. Schlag geht's nieder, ist mir egal. Ich glaub, die tun mir gar nichts. Einfach mal rein in den hohen Ranzen. Oh, sieht aber abartig aus. Irgendwie krieg ich ihn nicht dauernd. What the fuck? Der hat mich gerade getroffen. Okay, wisst ihr was? Lasst's gut sein. Ach, ich seh nix. Ich seh überhaupt nix. Was ist hier? Da geht's raus, oder? Vor allen Dingen, ich krieg hier in irgendwelchen Felsspalten rum. Was soll denn der Scheiß? Ich seh's noch. Komm, ich pack wieder irgendwo fest, oder so. Ich seh' nichts. Nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Oh, ich hab so'n Angst. Oh, Wasser, 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 Wasser. Vielleicht geht's hier auch noch draußen. Das wär echt nice, weil ich hab echt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Aktuell. Ich seh halt einfach nur nichts. Ich seh nichts. Ich lauf hier ins Dunkle. Wenn jetzt einer vor mir steht, dann geht's hier kurz. Und dann seht ihr mich noch vom Stuhl fallen. Und mich reinhören. Und mich ein-kack. Okay, jetzt geht's wieder nach unten. Was ist das? Okay. What the fuck? What the fuck? Oh nein. Arsch. Ficker. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich nehm die Flair. Nimm die Flair, ihr Spackos. Nimm die Flair, nimm die Flair, nimm die Flair. Nimm die Flair, nimm die Flair, nimm die Flair. Nimm die... Das interessiert die gar nicht. Ja, scheiße, down. Nimm mir ne Medizin, 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 bitte nimm noch eine. Ach, mach mal. Fuck. What the heck? Oh, Gott. Das Spiel macht mich so krank. Ich hätte nicht in diese fucking Höhle weitergehen sollen. Krank. Absolut krank. Das war's von The Forest, Leute. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch eine Session aufnehmen. Ich bin gespannt, was in 13 Tagen passiert, wenn diese Public Alpha released wird. Und ja, ich finde es einfach immer nur noch klasse und absolut Gänsehaut-Feeling. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bewertet das Video positiv. Und wir sehen uns im nächsten Part bei The Forest.